Beide sind hier, die messern sich grad gegenseitig Oh ja, lass die abmessern Wo ist der zweite? Nee, warte kill ich nicht Ich will ihn, nein, nein, ich will ihn auch noch sehen Oh, hi! Warte, nicht kill, Leute, nicht kill Ich hab nur 2 AP, nein, ich will ihn nicht Nein, nicht kill, nicht kill, warte, ich komm zu, ich will das auch noch mal sehen Ich komm auch zu euch Hier sehen wir einen Terroristen in freier Wildbahn Jetzt killt ihr uns ein Hehehe Hau Ey, ey, ey Äh, Alter Wie viel erlaubt Maxi, gut, Alter Wollen wir ihn nach, da zeigt, tritten so richtig Bam Hat ein D gelegel, ich bin das D, 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 D Ich bin der No Problem Aaaaah, f**k, da lag ne Awe D, D, D Ja, dann gehts D D, D, D D, D D. D Oh, jetzt hat er noch mal eine Euro-Kammer. Ah, ist auch nicht so hilfreich, dass der Vanom immer direkt pushen und wieder ein Peel gegen durch bei ihm. Ich glaube, er mag mich, weil ich dem Peep bin, einer gut. Also, ich mag ihn nicht, weil ich weiß, dass er schon mal wenigstens erpasst wird. Für wenigstens einer, der mit war. Ich hab einen Peeps gekillt. Aber als ich, als ich. Soll ich dich no-scopen von ihm? Durch die Wand? Mach mal. Der war voll drauf. Der war voll! Voll daneben. Der ist über mich geflogen. Achso, der ist wirklich ruhig. Soll ich dich no-scopen? Ja, mach mal. Zwei. Einer K, nicht nur K, und einer nicht mehr. Der braucht nur noch eine HEG, wenn ich. Hör, wie er da hängt! Speedshot! Sehr gut. Der ist ja auch. Der ist ja auch. Aber... War ich zum Volli nicht aufgerissen? Ich hatte keinen Volli. Ich bin gestorben und hab mir nichts gekauft. Das sieht doch aus wie ein Volli! Der ist nichts. Ne, aber du siehst ja den, den... Ich zieh gar nichts! Ich zieh gar nichts. Ich zieh gar nichts. Kevin, hast du wirklich nichts getrunken? Das sieht doch aus wie ein Volli! Der zieht übrigens einer links um die Ecke, den wartet die ganze Zeit auf dich. Der ist das! Und ich hab was empfunden, der Plastik. Sicher? Sicher? Lass mich das überlegen! Das ist Muscle Memory, das... Ist echt mein Liebermann. Hast du mit diesem Blaine langen Charakter saved? Das ist echt unglaublich. Ich hab dann plant dich mal hoch, probierst du. Immer wieder meine... meine Signaturperatur geholt. Wer hat denn die Bomben? Ooooooooaron... Ooooooooooooaron... Ooooooooooooooooooooooooooooaron... Wer droppt denn die Bomben, Alter! Was? Was? Marian, hier. Mein Schuss? Hey, Chris. Ne, du hast mich geschossen. Du hast. Ich hab's nicht geschossen. Hier hab ich gepasst. Hier hast du meinen. It is dangerous to go alone, Taktis. Da hab ich auch grade quitscht. Weißt du, weil ich hatte ihn drin, aber er war so in der Mitte oder ich hab ihn versucht am Ende reinzutun. Aber es hat halt alles nicht gepasst. Jetzt hab ich ihn rausgenommen. Ja, ne? Ich hab so epische Musik dafür gerade. Also, das Video ist schon in Arbeit. Muss halt nur noch weg. Und es muss Donnerster sein. Alles klar, Mann. Der geht ja voll ab mit der Arm. Der ist komisch. Er kommt, er kommt, er kommt. 10-0. Ah, ne, der ist sehr komisch. Wie er genau da stehen geblieben ist, das fand ich schon. Mal gucken, aber vielleicht nicht mehr. Aus Taiwan. Ich melde dich mal jetzt hier unten. Hm? Der hieß mal Penis. Mach dich einfach mal aus. Ich hab mich verkauft. Was denn? Was ist das schon? Wieder für einen Kommentar. Der hieß mal. Basta von den Bildern. Basta von den Bildern. Vor zwei Jahren macht sich den dort, wie der Film asymptach befindet. Der Film über den Bildern kann man mir nur vor. Die Film über den Bildern. Da ist ein sehr fach, den Bildern kann man zerstören. Gäste, der Film über den Bildern kann man den Bildern. Vielen Dank.